hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge von let's play minecraft ja das einzelspieler projekt sprach ich mir jetzt erst mal schön abbauen so das reicht glaube ich habe ich den 36 oder so eine zweieinhalb das ist das ist einnehmbar alter ach so das war das hier okay ja dann gucken wir jetzt gleich mal davon und dann geht man darunter ich möchte vorher wasser weil sonst komme ich da schlecht runter wenn der unten direkt lava ist ist das relativ schlecht so hier war in der letzten folge der spawner das dungeon ich will wasser und keine lava okay mein gebete wurden erhört meine gebete wurden erhört endlich alter jawohl jawohl alter junge endlich jetzt geht es vielleicht gerade türkisch turm club genie das hört man sicherlich auch ein wenig welches fenster offen habe aber es interessiert euch sicherlich nicht aber ich jetzt trotzdem ich weiß böse von mir ich weiß was kann denn weg fäden ich habe immer im stick fäden alter wozu komm jetzt noch mal zwei dias alter drei dias bringen mir nicht viel fuck man alter sag ich mir wieder so hätte ich die scheiß zwei anderen dias gespart aber es ist dir mein schwert nein ist ich muss mir sagen es war die richtige entscheidung ich würde es wieder so machen nicht aber doch es war die richtige entscheidung das diamant schwert zu machen war gut er weiß ob ich da jetzt eben sonst ich wäre 100 pro jetzt eben sonst gestorben wo ich nur diese zwei herzen habe und danach gecheckt habe dass da eine spinne ist wäre ich 100 pro gestorben ohne das diamant schwert doch das muss ich mir jetzt einfach einreden das ist jetzt einfach so links und rechts geht es weiter wir gehen erst nach rechts so da sind wir durch jetzt brauchen wir neues holz naja ich kann doch da auch echt jetzt fackeln draus machen naja stimmt dazu brauche ich erstmal sticks ok die sticks sollten jetzt von der menge her reichen hups hä lol also fackeln brauche ich mir jetzt keine sorgen mehr machen aber oh jawoll alter richtig cool endlich diamanten über 30 folgen für diamanten gebraucht alter und dann naja also zu selber finden und dann sind sie endlich da endlich alter junge so sehr ich mich noch nie über diamanten minecraft gefreut insgesamt habe ich mich noch nie so über minecraft gefreut insgesamt habe ich mir das erste mal über minecraft gefreut nein so hier alles schön abbauen und jetzt dorthin zurück wo wir hergekommen sind weil ja dann vielleicht doch wer hat jemand sein können hier war ich noch nicht oder was doch hier war ich schon aber ich hatte nicht ausgeleuchtet hier gehen wir auch noch mal hin da kann ja nichts schaden jetzt bin ich richtig diamanten fieber alter jetzt will ich noch mehr jungen können die scheiß kirchglocken nicht mehr ausgehen alter wir haben alle verstanden dass es um 6 ist junge boah das kotzt irgendwie da an alter so dann nehmen wir hier alles mal mit scheiß redstone für scheiß kohle kohle 2 6 das reicht ich habe jetzt auch genug fackeln also eigentlich müsste das zu langen alter ich habe ja noch ein bisschen was in meinem ofen ich wollte ja halt nur in jedem ofen stack haben und das das reicht schon so hier schön das eisen mitnehmen das ist richtig cool vielleicht kann ich mir ein ambus und ne eisengohle machen ich habe ja glaube ich auch noch ein bisschen was so hier alles schön abbauen so hier alles schön abbauen jawohl alles schön abbauen wie sich das gehört wie sich das gehört wollt euch nochmal die stelle angucken hier waren sie ja dürft euch jetzt nochmal die stelle angucken so dann hier schön abbauen wo was tue ich denn alter hatten wir kein leben abgezogen aber ok das hätte es trotzdem ein bisschen dumm ausgehen können hier bin ich noch nicht lang sagst du hier ist eisen wie viele eisen haben wir denn jetzt fast ein stack ne fast zwei stacks so hier waren die diamanten jetzt könnt ihr euch noch ein drittes mal angucken den ort wo alles begann nein ich glaube heute wieder so viel müll aber ich habe diamanten gefunden und das ist die hauptsache ja so dann hier das ganze eisen mitnehmen das ist schön und dann nochmal hier runter das nehmen wir nachher mit wir gucken erstmal noch nach dem gold und nachher nochmal in die andere richtung nicht dass da irgendein mob angerannt kommt und mich eiskalt in die lava schubt heute hat das ganze gold auch richtig cool da kann ich mir auf jeden fall dann viele tränke machen das ist richtig schön ich mache die meistens werfbar weil es einfach praktischer ist fixen werfbaren trank reingefeuert und schon geht es dir wieder gut also werfbarer trank 2 halt eins lohnt sich nicht so dann hier hier ist nur lava aber hier war noch mal eisen ich habe auch mal gehört ich weiß nicht ob das stimmt das hier hinter das könnte auch mal ein dungeon sein aber ich glaube das kies das ist ja kein dungeon oder kies dann schon habe ich zumindest noch nie gesehen naja gut dann hier fix platzieren hier fix abbauen so gucken da hin da hin den block hä das war falsch boah wie es ankotzt so hier alles wieder schön abbauen ich könnte mir jetzt schon die diamantspitzacke machen aber ich will einfach vorher noch die zwei diamanten finden weil sonst spare ich sie erst mal weil ohne verzauberte Sachen gehe ich sowieso nicht in nether dann verzauber ich mir meine eisenrüstung ich weiß nicht dass ich wieder eine neue machen das wäre glaube ich klüge aber ich weiß es nicht ich weiß es nicht und dann beende ich auch die folge ist jetzt glaube ich ein bisschen länger geworden aber macht nichts wir haben diamanten gefunden wir haben diamanten gefunden und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dorthin tschüss